Wir haben so ein schönes Stück bei uns im Programm und stellen sich immer die Frage, wer singt? Für mich war es ein Vorklager im Schluss. Und dann haben sich unsere beiden Frauen, die Jacqueline und Heidi, geeinigt, dass Heidi das sind. Und ich finde, die als letztes Mal zum ersten Mal so Worte zuzuhalten waren, das ist nicht mal eben so. Hallo, unsere Freude-Golf-Smooth Operator von Charlene. Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020